Die russische Mobilmachung für den Angriffskrieg in der Ukraine und die westlichen Sanktionen werden langfristige schädliche Auswirkungen auf die russische Wirtschaft haben, prognostizierte das Institute for the Study of War. Auch ein Reuters-Bericht bestätigt diese Prognose. Demnach erklärten Finanzexperten der Nachrichtenagentur, dass der Kreml aufgrund der westlichen Sanktionen, der Kosten für die Mobilmachung und der rückgängigen Energieeinnahmen einen Haushaltsdefizit erwarten wird, welches, Zitat, Moskaus Reserven auf niedrigsten Stand seit Jahren bringen wird. Allein die Kosten für die mobilisierten Männer einschließlich der Sozialleistungen könnte den Kreml in den nächsten sechs Monaten zwischen 14,6 und 32,4 Milliarden Dollar kosten. In diese Rechnung fallen noch nicht die Auszahlungen für Soldaten, welche nicht Teil der Mobilmachung sind, sondern anderen Streitkräftegruppen zuzuordnen sind.